Chrissy Teigen hat ihren ungeborenen Sohn verloren. Das machte das US-amerikanische Model am Donnerstag mit einem herzzerreißenden Instagram-Post öffentlich. Zuvor hatte die Ehefrau von Sänger John Legend wegen starker Blutungen mehrere Tage im Krankenhaus verbracht. Emotionale Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigen Chrissy am Krankenbett und wie sie ihren leblosen Sohn im Arm hält. Zu den Bildern schreibt die 34-Jährige, Wir konnten die Blutungen nie stoppen und unserem Baby die Flüssigkeiten geben, die es brauchte, trotz mehrerer Bluttransfusionen. Es war einfach nicht genug. Es wäre das dritte Kind für Chrissy und John gewesen. Und der Kleine hatte sogar schon einen Namen. Aus irgendeinem Grund haben wir den kleinen Kerl in meinem Bauch Jack genannt. Also wird er für uns immer Jack sein. Jack hat so hart gearbeitet, um ein Teil unserer kleinen Familie zu sein. Und das wird er. Für immer. Läufe 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 He Competition Läufe Läufe Untertitelung des ZDF, 2020